An alle, ich wollte euch noch was kurz sagen, wo ich geschrieben habe, ich höre auf mit YouTube, das war Fake. Das wollte ich euch noch sagen. Ich wollte nur sehen, wie er darauf reagiert und sonst nichts einfach, ok? Und es kommt morgen, morgen kommt ein Video. Ein Live-Stream und der Live-Stream kommt um 16 Uhr oder 15 Uhr, also er wird um 15 Uhr kommen. Und ja, das wollte ich euch nur sagen und ja, heute kommt kein Video, aber morgen dafür um 15 Uhr. Ich habe es ja noch in die Beschreibung, Alter. Und ja, und nicht vergessen, halte den Ball flach.